ARD Text im Auftrag von Funk 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 Okay, wir gehen aber ARD Text im Auftrag von Funk 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 links. Und Flosse. Lass uns da mal hingehen. Lootbox, zwei Stück, seht ihr die? Richtung 140 ungefähr. Ganz schön weit weg. Und 120. Was kann die da drin sein, wenn man jetzt schon Raketenwerfer hat? Zum Beispiel diese Homing Missiles. Und davon hat noch keiner von uns was, ne? Ne. Nur Eier. Eiergrenade. Nils, wo rennst du jetzt hin? Ja, zum Haus. Also so weit weg ist die Loot-Dings nicht, ne? Äh, Ede, rennst du eigentlich? Du weißt, dass du mit Shift, kannst du rennen, ne? Ich weiß nicht, ob du es weißt. Ja, ich hab grad nichts dran gedacht. Ich sag's ja nur. So. Da oben liegt noch was Blaues. Auf dem Turm oder was? Auf dem Turm. Ich geh mal hoch. Ich hol's euch runter. Äh, Moment. So bin ich. Ein guter Freund tut das. Einen anderen. Äh, hier ist nur Munition wieder mal. Hier ist noch ein Raketenwerfer. Ja, ich könnte auf jeden Fall noch Munition brauchen. Ich hab nur 17 Schuss, also falls... Okay, ich teil dir einfach, kann ich nicht einfach meinen Raketenwerfer quasi teilen? Du kannst auf Shift und dann auf die Munition gehen. Okay, das mach ich. Und dann auf, ich glaub, Shift gedrückt halt und dann rausziehen und dann schmeißt er die Hälfte runter nur. Ähm, so mach ich, sobald ich bei Ede bin. Ah, warte mal, ich hab hier grad einen Munitionsbock. Ich hab auch 49 Schuss und irgendwie. Ja, jetzt halt ich genug Raketen. Ich bin Richtung Lootbox unterwegs und sehe Gegner. Scheiße. Nee, Alter, bleib doch mal zusammen. Bleib mal zusammen. Böde, bleib mal hier. Nimm mal den, äh, Trank. Moment, hier. Nimm den mal. Also, ich hab... Ist das ein kleiner? Ah, ja, perfekt. Sie kommen jetzt halt hierhin, ne? Also, sie nehmen... Ich wär vor ihnen da gewesen, aber jetzt zieh ich mich zurück. Jetzt zieht er sich zurück. Ja, wenn du alleine da hinläufst und dann kommen vier auf dich zu. Äh, ihr seht diesen Ballon, ne? Mit der, mit der Lootchef. Wollen wir die... Wollen wir abwarten, bis da einer hingeht oder wollen wir selbst hin? Ja, wo ist der genau dahinten? Äh, wie ändert man das Material? Weiß das, Alter? Oder die rechte Maustaste? Rechte Maustaste, ja. Okay, ich geh mal hin. Ich geh hin, ich geh hin. Ja, ich bin schon unten, Simon. Also, dann gib mir Deckung, weil sie sind auch nicht weiter. Ja, ich hab vor dir. Hier, Simon ist auch da. So baut er das nicht. Also, gehen wir jetzt doch hin. Aber es ist eh diese Explosive-Kacke, ihr seht die Munition eh von... Oh, hier ist auch, äh, noch das Ding. Moment, ich mach mal die Truhe auf. Geil. Ein Stein. Schlürfsaft und den Eierwerfer. Na gut. Braucht jemand noch einen Trank? Ich hör eine Rakete. Okay. Den Trank, den ich verschenk. Will Ihnen einer? Nee, danke. Okay. Der Ede mit der Lenkrakete. Ob das gut wird? Was sind das? Holz? Das ist einfach ganz viel Holz. Knisterndes Lagerfeuer, was immer das auch macht. So, ich hab jetzt so eine Homing-Missile. Wie geht das? Ich muss das einmal testen irgendwie. Wow. Kontakt, äh, von uns auf, äh, Richtung Osten. Sag die Zahl. Osten. Einfach Osten, okay. Genau da, wo ich hin schieße. Da ist ein Gebäude. Lass er die mal ausspähen. Komm, Eddy, wir probieren das mal. Äh, Achtung, hier bei, äh, 103. Ja, ich seh. Achtung, der läuft vor seiner Hütte rum. Der läuft gar nicht mehr, Alter. Hihihihi. Gut. Ist das eine geile Waffe. I love it. Hihihihi. Komm, Eddy, komm mal her. Ich will mal fliegen. Ja, warte. Ich muss, da ist noch einer. Ja, hier bei mir. Ach, shit, ich bin tot. Äh, oder nur verletzt. Vielleicht... Das wär geil. Der Typ, der baut sich gerade ein, genau. Komm, Simon. Ich versuche wegzukriechen. Boah, das hat er gut gemacht, ey. Ich muss den... Könnt ihr den bitte belästigen, damit, äh, Budi mich befreien kann? Oh, shit, ey. Du musst auch Raketenabwehr sein, Eddy, ne? Ja, er glaubt er auch. Eddy, du musst Raketenabwehr sein, ich bin tot. Budi ist auch weg. Oh, Budi ist tot. Hörst du, Eddy? Ja, ich versuch den Typen gerade... Ähm, nee, du musst Lenkraketen ablenken damit, sozusagen. Okay, wir haben ihn. Geil, ich hab einen erwischt. 76 Sekunden. Pöttl, ich komme. Nils muss die beschäftigen. Ah, aber danke, Budi. Es war ein netter... netter Versuch. Ich weiß ihn zu schätzen. Simon, ich riskiere mein Leben für dich. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen. Ich feiere dich. Ich feiere dich für noch genau eine Sekunde. Eierwerfer hab ich schon. Jetzt ist mir alles egal. Oh Mann, ich hab echt wenig. Na gut. Hier ist noch ein Eierwerfer. Hat der Typ vielleicht irgendwas fallen gelassen? Einen Trank oder irgendein Kram? Der hat was Gelbes da oben, aber der Nils holt sich schon. Vorsicht, Eddy, Eddy, hol die runter, die Lenkrakete. Die musst du runterholen. Die kann man angeblich abschießen, ja. Wie denn? Egal, die sind beide weg. Ach so, zum Loslösen. Du bist unsere Raketenabwehr, ey. Oh Gott, das Ding kommt gleich. Ja, Leute, ich versuch's. Ja, ist nicht so einfach. Jetzt bin ich tot. Okay, jetzt helf ich dir. Moment, bleib stehen. Ach, ich hab mich auch getroffen, das gibt's doch nicht. Jetzt ist die Frage. Ja, okay. Aber du musst dich sehr beeilen, denn der Ring kommt. Das ist mir egal, ich lass dich ja nicht sterben, Simon. Ich lass dich nicht sterben, Simon. Aber jetzt sterbe ich. Egal, ich sterbe zusammen. Nein! Okay, ich hab's doch geschafft. Nein! Siehst du? Aber weißt du was? Warum bauen wir nicht? Ja, wir hatten keine Zeit. Wir sind so dumm anstatt die mit unseren Raketen. Wir hätten einfach bauen. Ich bin so dumm, ey. Das ist in der heutigen Handwerker-Krise. Bauen ist einfach ein Riesenfehler. Ja, bauen, Chad, ich weiß, bauen. Wer baut der Haut? Baut mal selber ein und macht euch locker, ey. So, wir haben's aber schnell versucht. Wir haben's nur nicht hinkriegt. Ähm, das war doch gut. Aber lustig, ne? Lustig. So, letzte Runde oder was jetzt? Okay. So machen wir das jetzt. Kommt noch an. Vorher kurz Werbung, oder? Laut der Regie. Nee, das blinkt da seit zwei Stunden. Ich bin mir nicht sicher. Wir machen einfach noch ein Spaß. Ich glaub, der Paul ist schon nach Hause gefahren. Ich glaub, er ist auch. Der Paul sagt Werbung. Echt? Dann machen wir das. Nur für dich, Paul. Kommt jetzt die beste Werbung Deutschlands. Viel Spaß. Das ist automatisch losgegangen. Äh, herzlich willkommen zurück. Ja, der. Wir hatten nicht gemerkt, dass wir alle auf Ready gemacht haben. Und es ist einfach automatisch losgegangen. Ähm. Ja, ich kenn's meinen. Wurde ist jetzt irgendwo abgesprungen. Ich bin bei euch. Wir haben dich irgendwo da reingepackt, genau. Du bist über uns. Scheiß, ich muss abholen. Ähm. Und jetzt geht's los. Ich hab ein Jump Pad, aber das hilft uns hier jetzt auch nicht viel. Ich bin mitten in der Pampa gelandet. Ich hab nur Granaten. Oh, hier bei mir ist einer und ich hab nichts. Na toll. Sollen wir neu starten? Ja. Ja, komm, lass neu starten. Komm, Leute. Das war doch Quatsch jetzt. Ich bin raus. Tja. Was sollen wir machen? Kommt Jungs. Ich hab noch einen erwischt. Hihihi. So, egal. Raus geht's nochmal. So. Okay. Oh, wir sind alle aus der Lobby raus. Ja, extra. Achso, so meinst du das. Okay. Bootup hat dich eingeladen. Ja, ich möchte das öffnen. Ähm. Nils, kannst du die anderen einladen? Ich würde auch sehr gerne in ihre Gruppe rein. Huh? Nein, das ist nicht in Ordnung. Jeder hat jeden eingeladen und jeder joint bei jedem. Das ist wie so eine Party, wo man immer in den Raum reingeht und sagt, ah nee, ich geh wieder in die Küche. Das wär ein ganz lustiger Star-Trek-Gag, wenn alle Leute sich gegenseitig zur Party einladen und die vier Leute beamen immer und kommen immer in einen mehreren Raum ein. Und sie beamen immer hin und her. Beep, 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 beep. Und am Ende beschweren sie sich, wie scheiße die Party war. Ja. Hab ich noch nicht geguckt, ist gut? Äh, ja. Ich liebe es. Und scheiß, das bessere Star-Trek. Kein Scheiß. Ich hab die ganze Staffel jetzt nicht geguckt. Und die werden, gegen Ende werden die Folgen immer besser. So geile Folgen. Ich bin gespannt. Ja, Black Mirror fand ich mega. Oh ja, die war auch nice. Aber der war so böse. Das war so gemein. Jaaa. Aber das ist ne gute Folge von Black Mirror. Das war auf jeden Fall cool. Hinterhältig. Ja, es gibt so wenig geilen Sci-Fi-Shit. Aber tatsächlich, The Expans kann ich jedem empfehlen. Grad die zweite Staffel ist nochmal richtig gut. Lost in Space. Lost in Space fängt. Am 13. April. Oder die beste ist Space. Kennt ihr Space Tales? Tales from Space? Das ist abgefahren. Das ist die allerbeste. Wer das gemacht hat. Das ist doch die Folge, wo sie meinen Auftritt rausgeschnitten haben aus irgendeinem Grund. Die haben wir wahrscheinlich woanders hingeschnitten. Die Folge gab's nicht. Wie, die gab's nicht. Ich hab sie produziert. Ja, ich auch. Aber ich hab sie nicht gesehen. Ja, das sag ich ja. Sie wurde nicht ausgestrahlt. Ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt. Weiß ich auch nicht. Weiß nicht warum. Aber ich... Vielleicht... Vielleicht hat die Schere zum Opfer gefallen. Ich weiß es nicht. So, wer ist dran? Ich hab keine Ahnung. Budi? Ich sag einfach... Ist doch bei dem Bonus fast schon egal. Komm, ich hab was gemacht. Wir machen einfach jetzt. Gehen raus. Ich hab's Geld markiert. Wir gehen alle nach unten. Okay, dann warten wir bis hin. Jetzt bin ich. Bleiben wir dabei. Und zwar dieses Konstrukt im Sumpf. Da sind ungefähr acht andere. Das wird richtig lustig. Die wollen nämlich alle den Raketenwerfer. Oh, hier ist keiner, da wo ich gerade hin düdel. Doch, ich. Ja, das will ich ja. Ich bin cool. Ich bleib hier auf diesem Dach. Da sind einige Sachen auf den Dächern. Hier, bei dem da. Links oder rechts entscheide ich bitte. Direkt unter mir ist ein Raketenwerfer. Überall. Direkt unter mir. Ja, aber es sind halt überall Leute. Sagt der halt einfach... Das kann alles sein. Du siehst mich doch. Unter dir, ja. Am Fallschirm hängend unter dir. Ja, genau. Und da wollte ich halt lediglich, dass wir nicht... Haben wir auch nicht. Haben wir gut gemacht. Ich versuch alles, damit du glücklich bist. Ne, das... Ich weiß nicht. Ich hab zwei Eierwerfer, falls jemand keine Eier hat von euch. Eierwerfer hab ich auch nicht. Würde ich nehmen. Ich würde auf jeden Fall... Ich hab auch gar nichts. Alter, okay. Ich hab die fliegende Rakete. Du hast die fliegende Rakete? Ja. Homing Missal. Ist gut. Ich grüße das. So, jetzt hab ich Eierwerfer und Raketenwerfer. Aber ich nehm an die Seite mittlerweile auch bedient. Ich hab noch keine Waffe. Böde, brauchst du was? Oh, du hast schon was. Hast du das grade? Ich hab noch keine Waffe. Warst du hier oben schon, Budi? Ja. Seid ihr bei mir hier? Ja. Ich bin bei Böde, ja. Ich habe gar keinen Raketenwerfer. Komm mal echt am besten hier hin. Ja, ich bin bei dir. Nee, ich mein nicht dich. Du wolltest mir auf das Ei geben, hast du gesagt. Du hast doch schon was los. Ich will dir doch helfen, Alter. Deswegen, hier ist doch alles. Ich geh doch mit dem Nils. Ich versteh das nicht. Aber ich brauch doch jetzt was. Okay, weil hier sind überall Raketenwerfer sowieso, Eddie. Hier ist der Eierwerfer. Ja, ich komme zu euch. Ja, genau. Hast du ... Da ist einer. Überall hier oben auch? Überall. Ich hab nur fünf Schuss, was? Eddie, hier ist noch ein Rocket Launcher für dich. Äh, Rocket Launcher? Hier, hier. Hast du oder was? Ja, ich brauch einen Muni, wenn er ist. Nö, ist leider nicht. Ich kann dir sonst welche von mir geben. Ja, gerne. Ich hab zwar auch nicht viele, aber ... Fünf Schuss. Hier auf dem Dach ist auch. Ich lass sie dir. Kommst du zu mir? Ja, wenn ich dich finde ... Ich bin oben auf dem Dach. Ich hab über diese Leiter, die ich gebaut hab. Ach da. Lass ich dir die hier liegen, die Dinger. Geil. Hier war ja offensichtlich schon jemand. Alles weggelootet. Eigentlich komisch, dass keiner im Gefängnis ist, oder? Also, ähm ... Er ist ein anderer Modus, ne? Ja. Ach so, ich dachte, du meinst wegen Straftaten. Nee, das mein ich schon. Die Leute, äh ... Du kriegst halt überall ... Ja. Also, jede Waffe ist im Prinzip eine gute Waffe. Das heißt, du musst nicht irgendwie zu besonderen Vacations. Das stimmt natürlich. So. Ähm ... Ja, dann, ey, würde ich vorschlagen, wenn es hier schön leer ist, jeder bisschen Steine sammeln. Äh, damit wir ein paar Mauern bauen können. Also, diese Homing Missiles, die sind schon der Game Changer, ne? Also, wir sollten echt gucken nach Loot Crates. Ich hab eine, ne? Ach so. Geil. Okay. Okay, aber du bist schlecht. Was machen wir jetzt? Keiner Spaß, Budi. Ich find's super, dass du das hast und du wirst jetzt ruhen. Echt. Ich will nicht immer so negativ sein. Vollidiot. Sehr schön. Wo hast du die gefunden? Im Haus. Im Haus. Ich holze. Oh, da ist noch Budi. Okay. Habt ihr alle fleißig schön ... Ah, ihr lauft ja schon weg. Ihr lauft ja schon weg. Ihr lauft ja schon weg, Jungs. Sag doch was. Habt ihr alle fleißig Steine? Jo. Ja. Gut. Sehr schön. Da wird, glaub ich, irgendwas passiert hier bei 30. Da, wo Ede ist. Da wird gebaut. Ach, du bist es. Entschuldigung, ja. Na dann. Aber das ist ja inhaltlich trotzdem nicht verkehrt. Budi, ist da noch Muni oder so? Nope. Ist einer von euch auf der Brücke? Ja, in der Nähe. Ich bin auf der Brücke. Oh! Budi, zu spät! Pass auf! Hört ihr das? Okay. Was? Ich höre eine Rakete, die explodierte. Ich hab auf die Brücke geschossen, weil niemand gesagt hat, dass er das ist. Ach so. Und dann hat Budi doch gesagt und dann war die Rakete schon unterwegs. Mhm. So. Passieren atomare Kriege. So passieren atomare Kriege. Die ganzen atomaren Kriege, die es bisher gab, sind alle so passiert. Schlimm ist, dass du in den engen Räumen, wenn du deinen Raketenwerfer zündest, gehst du sowieso selber drauf. Ich denk, es gibt keinen Friendly Fight. Doch, wenn du so auf den Boden schießt auf jeden Fall, mit Raketenwerfern hast du schon selber Damage. Ich bräuchte nur noch ein Shield irgendwie. Auch kein Shield. Ich hab ein dickes Shield, was ich euch geben kann. Ja, will ich auch nehmen. Bist du denn? Bubi ist zuerst da vielleicht. Oder Simon? Dann gibst du den. Ich höre doch. Hier ist wirklich wenig los irgendwie gefühlt. Überleg mal, wie wir hier die Runde angefangen haben. Ständig sterben und jetzt sucht man ewig. Ich seh eine dicke Konstruktion im Osten. Jo. Irgendwo höre ich hier ne Chest. Hast du noch was? Dude? Ja. Hier. Irgendwo höre ich hier ne Chest. Ja. Wenn du die Decke zerstörst ... Hier ist noch ein dickes. Nils! Das bin ich überhaupt nicht, Mann. Oh, ich bin tot. Okay, jemand schießt auf. Wo? Im Osten. Okay, ich hol dich. Ich hol Ede. Okay, ja. Ich komm. Ich geb dir Deckung. Im Osten? Wer war das denn? Ne, Moment. Hat der sich selbst gekillt? Weil da liegen die ganzen Waffen rum. Der hat sich selbst gekillt. Ja, der hat sich selbst gekillt. Geiler Typ. Ey, lass mir bitte jetzt was liegen. Jetzt nicht abstauben, Leute. Oh, das ist ne Lenkrakete. Die kannst du hier schön holen. Ach, scheiße. Der hat sich aber voll selbst in die Luft. Ähm ... Ich hab nur überlebt, weil ich ... Oh, Achtung. Ich seh jemand. 341. Da hab ich eben sehr viele Explosionen gesehen. Bei dem blauen ... Im Osten ... Im Osten ... Das war auch ein Squad. Ja, da ist einer in der Hütte. Wo? Vielleicht Hütte, Brücke, ich weiß nicht. Sag mal die Zahl, sag die Zahl. Ah, 340. Der ist so ein selbstgebautes Gedönsel. Der baut auch die ganze Zeit weiter. Wollt ihr mit drauf ballern? Dann machen wir das ... Ich komm, ich komm. Ich komm von hinten. Alter, ich bin so dumm. Was mach ich denn? Okay, er ist auf Mauern umgestiegen. Ich seh ihn auch, ja. Ah, da sind zwei. Da sind zwei. Der ist nicht mehr alleine. Die hat schon damage genommen. Udi. Ja, warte. Feuer drauf jetzt. Ja, jetzt wirklich. Jetzt ... Ihr müsst mal aufhören zu looten. Ah, ne Rakete! Bei dem Baum. Okay, einer ist down. Ich brauch Hilfe. Wo? Da, wo der Typ down ist, da bin ich. Vielleicht kann mir einer helfen schnell. Ihr seid weit weg. Ich geb euch Deckung. Rettet den Simon. Rettet den Simon. Der Simon will gerettet werden. Ey, wer ist das hier vorne? Ist das einer von uns? Niemand wartet. Nee, Schießing! Dann ist Budi. Okay. Aha, gut zu wissen. Ah, ja. Jetzt bin ich tot. Dann lauf ich wieder zurück. Budi. Ja. Kleine Frage. Ja. Als du da eben so gesessen hast. Ja. Ist vielleicht dein Kopfhörer zu leise. Hast du vielleicht nicht gehört? Wie ich gesagt hab, hilf mir. Nee. Weil du warst nicht weit entfernt. Ich würd sagen vielleicht drei Meter. Aber ich hab das mit Lenkraketen. Ja. Na dann. Na dann, Budi. Okay. Hast du den denn nicht gefrackt? Yes! Ey! Oh, er hat überlebt, ey. Alter, willst du mich verarschen? Den hab ich doch voll getroffen. Bist du tot, oder was? Nee. Ah, der rollt meine Dinger kaputt. Ist ja scheiße. Ist okay. Wieso macht der denn meine Sachen nicht kaputt? Gut. Bud, wo bist du? Ich steh hinterm Berg und baller hier auf... Dann sag doch mal... Lass uns doch mal zusammenarbeiten, Leute. Ah! Hilfe! Ich benötige... Bitte Hilfe. Wo? Ich bin unter dem Berg geplumpst. Ich bin neben dem grünen. Was? Da. Da bist du doch. Ich bin neben dem Berg geplumpst unter dem grünen. Ja. Budi ist der grüne. Ach, da kannst du die drei Meter gehen, du weißt. Mhm. Ich bin aber auch nicht zu warten. Ich bin aber auch nicht zu warten. Ich bin aber auch nicht zu warten. Ich merke... Your agenda is showing. Daniel Buhimann. Dankeschön. Like what? Ich benötige dringend leckere Milch. Alter! Oh! Äh... 240 sind welche. 240? Ja. Ich schieß mit den Lenkraketen drauf. Hinter dem Hügel sind die. Jetzt kommt er von oben. Das ist geil, Alter. Pass auf jetzt. Direkt nach oben. Zack, zack, zack. Oh, shit. Ich bin weg. Okay, dumm. Kann jemand Budi helfen? Nils, ich liege direkt unter dir. Ach da. Oh, shit. Ja, Vorsicht, er versucht mich zu killen. Nice. Das macht er nicht schlecht, Daniels. Da ist immer noch ein offen, ne? Das ist ja fantastisch. So muss es laufen. Schön ein Schutz. Oh, shit. Ja. Aber genau durch das Loch, wo ich noch meinte, da ist ein Loch. Aber was willst du machen? Ja. Da war die eine Lücke. Fehlt. Seid ihr beide tot? Yes. Mir doch egal. Hat man nicht gemerkt. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Ist aufgefallen. Ich möchte auch mal ganz allein spielen. Bomb ich da raus jetzt hier. Okay, der ist nicht mehr da. Ja, Leute, ich weiß, was soll ich jetzt machen? Ich versuche euch zu entertainen. Ja, dann entertain uns doch. Wenn du uns schon nicht rettest. Ich hab halt hier, ich hab noch 196 Schuss. Schieß mal gegen den Baum. Also dir ist es jetzt wirklich lieber, dass ich verliere, oder? Nein, mach doch einfach. Jetzt gewinn halt mal. Zeig mal ein bisschen was. Coolen Shit und so. Zeig doch mal was. Da fliegt er rum. Durchs Fenster. Check it out. In die Hütte. Das ist so super. Ich liebe es. Was es zum Loslösen heißt, äh ... Oh, guck. Zurück zum Links wahrscheinlich. Also irgendwo fliegt da noch eine Rakete rum bei dir. Naja. Find ihn hier nicht. Ich hab's gehört, hab ich's doch gehört. Er hat doch hier irgendwo was abgefeuert. Da links. Äh, da wo du grade warst, links neben der Hütte. War. Hm. Ganz genau. Irgendwo auf der ... Ja, ja. Nee, da. Ich. Guck mal auf den Berg hier. Warte mal nach links. Kleiner Tipp, Edel, aus dem Chat. Wenn du dich loslöst von dem Point of View, dann fliegt die geradeaus weiter. Ja. So. Man sucht mich auch. Da ist einer. Ah. Fuck. Was war das denn? Ja, das war eine Fußboot-Rakete. Hm. So. Noch eins oder was? Ja, ich wär bei einem noch dabei. Ja, lass doch noch ein letztes machen. Wenn ihr möchtet. Cool. Cool mit mir. Mit den Raketen oder anderer Modus? Mir egal, worauf ihr Bock habt. Sag mal was. Raketen. Okay, dann nehmen wir Raketen. Ich habe einen Battle Pass Stufenaufstieg. Du hast Stufe 7 erreicht. Ein Gegenstand wurde freigestanden. Ein Donut. Na gut. Willst du vielleicht ready machen? Ich dachte, die Regie würde das vielleicht zeigen, aber ... Nee. Wir sind way. Way beyond. Way beyond that point. Okay, gut. So, wir haben aktiviert. Das zeigen hier, ey. Rappappappappapp. Was kriegt man eigentlich ... Also, ich meine, wenn man jetzt mal so eine Map gewinnt ... Gibt's auch irgendeine Form von Belohnung, die Sinn macht oder so? Nee, ne? Wir haben ja noch nie gewonnen. Keine Ahnung. Tja. Niemand weiß es. Einen Orden. Wenn wir nur jemanden kennen würden. Aber das ist doch lame. So. Jetzt sind wir richtig geil. Na gut. Aber auch nicht. Ich freu mich mega. Sollen wir eine High-Risk-Manöver-Runde machen? Also, wenn wir direkt am Anfang ... Machen wir die für jede unserer Runden? Na, ich meine, wenn wir jetzt direkt am Anfang sagen, wir gehen zum Beispiel ... ... zu Greasy Grove jetzt oder so. Ja, lass doch irgendwas finden. Greasy Grove. Okay. Und dann direkt in den Infight gehen. Zusammenbleiben und direkt ... ... Action machen. So, ich markier mir meinen Landeplatz jetzt auch schon mal auf der Karte, damit's nicht immer diesen Ärger gibt. Ey, diese Insel über der wir ... diese Kleine, ne? Kann man die eigentlich ansteuern? Die Kleine? Also, könnte man theoretisch eine Brücke da hinbauen? Probiert. Hä? Hab ich noch nie probiert müssen. Aber das ist ... man kann raus. Alle wollen zu Greasy Grove. Wir sind die Ersten. Wir sind die Ersten. Greasy Grove. Wild und Geheim ist voll. Okay. Eieieiei. Sollen wir in vier verschiedene Ecken gehen, sodass wenn ein Gegner ist, können wir in der Mitte einen Raketenwerfer haben? Ich bin unten rechts. Also Südwesten. Ich bin oben auf dem Burgerladen. Okay, ich bin in der Ecke vom Burgerladen. Shit, da ist doch schon wieder ein Typ direkt. Wo, 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 wo? Bei mir. Ja, sag was. Was ist ... wie viel Uhr? Äh ... Soll ich jemanden abschießen? Der ist hier bei mir im Haus. Ich kill ihn jetzt. Na gut. Dann kill ihn. Boah, Waffe. Oh, was? Wir sind beide tot, Leute. Ah, ich bin tot. Ah, okay. Ganz tot? Aber er kniet da noch. Alter, aber da fliegen nur die Granaden so rein, ey. Okay. Okay, Budi. Brauchst du ne Waffe? Ich hab welche. Komm her, komm her, komm her. Hier. Das. Bitteschön. Danke sehr. Ist nur eine Rakete drin. Was? Ja. Oh, diese Scheiße jedes Mal. Moment. So. Bitteschön. Danke. Super. Da sind sie. Die Raketenfreunde. Hui. Hier ist noch was. Eine Sprungfläche. Na toll. Böde? Brauchst du irgendwas? Ja, Muni. Ähm. Du hast aber die Eierwerfer. Nee, geht nicht. Okay. Weißt du, wo der Typ ist? Ja, hier bei dem Haus, wo Eddie gestorben ist. Da. Da. Das sind zwei. Ich hab keine Muni mehr. Scheiße, ich muss weg. Hinter euch, hinter euch. Hinter dir. Da versteckt er sich hinter der Zapfsäule. Oh, seine Munition. Schnell stirbt. Habt ihr immer noch? Jawoll. Ihr habt den erwischt. Und ich finische ihn. Oh, der hat lilanen Selfie-Dings. Da sind noch Mauern, die gebaut werden. Komm, wir machen den alle jetzt. Budi, machen wir zusammen. Wo ist er? Da, wo die Mauern gebaut werden. Oh Gott, ich hab keine Muni mehr. Doch, ich hab Muni. Was ist denn hier los? Das ist von oben. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ist noch einer? Wenn du so hoch und von oben rein droppst. Genau. Ist da noch einer? Ich seh keinen mehr. Irgendwas fliegt, aber ich ... Das bin ich. Ja, nee, da ist keiner mehr. Das war gut. Okay. Muni. Das freut mich für euch, Leute. Ernsthaft. Das ist super. Starkes Team-Play. Was ist das für ein lustiges Haus hier? Wie so schäpp und schief ist. So möchte ich, dass mein Haus mal aussieht. Mega gut. Weil ich's auch so wahrscheinlich bauen werde. So, wo bist du? Hier oben. Brauchst du Muni? Mega geil. Müssen wir uns nicht im Osten bewegen, ne? Oh, ein Trank. Richtig cool. Cool, 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 cool. Ja, ist natürlich ... Hey, Budi, was mit dem Trank? Willst du denn nicht aus? Ja. Ich bin grad woanders, Simon. Ach, ich dachte ... Entschuldigung, ich dachte ... Nee, das war ich. Aber mir musst du's nie anbieten. Ja, du kannst ihn doch haben. Ich wollte nur für Budi sichern. Nimm ihn. Ich hab jetzt hier einen kleinen gehabt. Brauchst du einen Eierwerfer auch nicht, oder? Wahrscheinlich. Eierwerfer brauch ich nicht. Munition brauch ich immer. Für Eierwerfer, oder? Alles. Okay, warte. Aber ich hab erst mal ein paar. 20, 27. Und die sind jetzt schnell weg. Ja, warte. Ich geb dir mal Eierwerfer. Ach, die kann man nicht. Also eine Kacke. Ist nicht schlimm. Ich find ihn schon noch. Aber warum kann man die nicht einzeln ... So, wir müssen ... Lass jetzt mal los, bitte. Lass mal jetzt schnell loslaufen. Alle. Ich hol noch eine goldene, okay? Ja, bin ... Ja, auf deine Verantwortung. Da möchte er seine goldene Kiste. Mimimimimi ... Okay. Run, run, booty, run. Oh, Eierwerfer-Muni ist dieselbe wie Raketenwerfer-Muni. Dann Böde, bleibt doch mal stehen. Da kann ich ihr echt geben. Ja, lass erst mal laufen, weil der Dödelmann kommt. Wir sind recht weit weg. Okay. Äh, Lila sieht nicht gut aus. Das war sehr schön. Ähm, genau. Budi, da wenn du runterläufst, hat Nils was hingebaut. Da kommst du runter. Okay. Hat irgendwer noch Medipacks oder Health oder irgendwas? Bandagen hätte ich. Ja, nehm ich. Äh, soll ich sie hinlegen oder willst du dann ein bisschen abholen? Ich hol's mir ab. Kommt jetzt eigentlich ... Kommt der? Äh ... Schurken? Ich sehe hier gar nichts. Äh ... Hier ist ein Bandagen, Budi. Ja, kommen wir. Lass sie da liegen für dich. Hat dir auch die ganze Zeit so einen Phantom-Sound von den ... Boxen auf dem Ohr, also von diesen Kisten irgendwie. Hey, wieder das obligatorische letzte Spiel, wo ich wieder nur ... Na ... Ich hab da Bandagen gefunden. Gut, du laufst rückwärts. Komm her, zu mir. Da, wo ich bin ... Ich hab gerade Bandagen gefunden. Ich hab's Leuchten hören und dann bin ich da rein. Äh, okay. Gut, dann lauf ich weiter. Da wollte ich ihn beschützen. Da ist es nicht nötig. Der Budi. Oh, der Chat hat einen sehr guten Tipp. Und zwar sollen wir die Raketenwerfer mehrere ... am besten im Inventar nebeneinander ablegen. Und dann brauchst du nicht nachladen. Dann kannst du so switchen einfach. Zack, zack, kannst du da machen. Zack, zack. So, seid ihr da? Seid ihr da? Ich ... ich ... Ich versuche es. Bin selber weit weg. Komm mal einfach. Ja, Böde, wenn du natürlich ... Ach so, das ist deine Rakete. Ich wollte schon sagen, wenn du die ganze Zeit abhaust, kann man noch nicht kommen. Äh ... Weißt du, was gut wäre? Böde, du stehst ja da in der Ecke. Komm mal hier hin. Dreh dich mal. Ach, ich bin gerade in einem ... Hinter dir ist eine Kiste. Wenn du in diese Kiste reingehst, in eine kleine Box, kannst du von da aus raus schließen. Da sieht dich keiner. Dieser Tipp wurde Ihnen präsentiert von Simon K. Gute Tipps. Gute Tipps, GmbH. Agi. Gute Tipps von Simon K. So ein Jingle wäre nicht schlecht. Das hätte ich gern. Immer wenn ich was sage, so ... Gute Tipps von Simon K. Ihr wollt nicht irgendwelche Tipps? Dann holt euch die guten Tipps von Simon K. K-Tipps. K-Tipps. K-Tipps waren gestern. So. Okay, okay, okay. Was ist das für ein Geräusch? War das von euch? Ja. Dann ist es bei uns. Hilfe, ich hab Angst. Da kommt hier der schöne Kreis. Alter! Kann mal hier einen auf mich schalten, bitte? Kann mal bitte jemanden auf mich schalten? Oh, wer hat den gekillt? Da stand ich direkt vor jemandem, der mich nicht gesehen hat. Echt? Ja, aber wer hat den gekillt gerade? Du? Das war Bulli, oder? Oh, Achtung, der kommt. Der kommt an hier im Osten. Da, da ist er hinter dem Baum. Stehen zwei. Osten. Ist da. Ich check das mal aus. Wer hat das große Medipack gerade genommen? Das bräuchte ich. Könntest du gerne haben. Dir ist klar, dass wir hier beschossen werden. Wo sind die denn? Da. Da beim Baum, gerade aus. Genau, der Nils hat sie. Was? Wieso hab ich den nicht erwischt? Muss vor ihm auf den Boden kommen, oder was? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Perfekt. Ich hatte ihn eigentlich auch. Der ist noch da. Moment, ich achse. Oh, muss das denn sein? Natürlich. Ist direkt bei mir. Einen Hit getroffen. Äh, bei dir? Ja, Marvin. Ist tot. Buddy, hier sind Tränke und Sachen. Ja, ich muss gerade mein Medi ... Bandagen sind ja auch. Ich hab so ein dickes Medipack. Immer noch Armer. Alter, ich bin so gut ausgerüstet gerade. Da hat er auch mal die Lenkraketen. Oh, sagts geil. Hm? Ich? Ne, ich. Ich hab einen epischen Eierwerfer. Okay. Haben wir jetzt alle ... Ich hab auch einen Lenkraketen-Dings. Dann haben wir alle. Okay, wir müssen langsam los. Der Ring wartet nicht auf uns. Ja. Das stimmt. Da rechts in der Hütte im Osten ist auch noch ein Trank, falls den einer braucht. Ja, wir müssen ... Du hast auch recht mit dem ... Oh, hier. Seht ihr das? Süden, 180. Scheiße. Der wird massiv gebaut. Ich mach mal hier den Lenker. Oh ja, die sind ... Die sind direkt unter uns, also. Ich flieg da mal hin. Ach komm, ey. Einfach nur kaputt machen, dann fallen die runter. Jetzt fallen die runter alle. Wenn die kein Jump-Head haben, haben die ein Problem. Nein, scheiße. Ja. Leute, wir müssen laufen. Okay, wir müssen laufen. Na gut. Lauuuuff! Oh, das wird knapp. Hat einer von euch ein Jump-Head? Nee, ne? Nein, nicht mehr. Doch, ich hab eins. Du hast ein fucking Jump-Head. Böde, baust du so ein Ding und ich leg das dahin ... Aber du hast wirklich ein Jump-Head? Ja, ich hab eins. Baust du, baust du? Ja, warte. Oh, ich höre eine Lenkrakete kommen. Das ist riskant. Kommst du hoch hier, Simon? Ja, ich bin direkt hinter dir. Oh nein, oh nein. Oh, warte. Oh nein, ich seh euch sehr gut. Hier jetzt? Schnell, ja. Wird gebaut. Oh nein, ich seh sie. Er hat sie gebaut. Er hat sie gebaut, der Teufelskerl. Ja, ich hab's nicht geschafft. Das gibt's doch nicht. Simon, komm zu mir! Nein! Das ist sowas nicht! Ich bin ... Nein! Das war so knapp! Okay, wo bist du? Ich komme. Ja. Bulli läuft an mir vorbei. Wo bist du? Mein guter Freund. Ich weiß, dass du tot bist. Achtung! Ich bin links! Ach, Scheiße. Simon, kannst du Lenkrad dahin zielen? Weil die kommen jetzt auch von links. Wohin zielen? Ja, da, wo sie geschossen haben. Genau da rein. Du bist genau richtig. Links, links, links! Ja, aber die haben das Ding zugebaut. Oh, war das ärgerlich, ey. Simon, auf Norden, 15 von unserer Position. Also da, wo du bist, die kommen auf dich zu, sehe ich gerade. Ich finde, das hätte noch klappen können. Scheiße, ich erwisch die nicht. Okay, wir brauchen ... Von dir Richtung Osten. Von dir Richtung Osten, sorry. Okay, ich hab ... Oh, ich seh einen. Ich seh einen. Ich fliege direkt auf ihn zu. Ich finde, man könnte mir noch helfen. Ich seh es doch, Buddi! Es ist doch nicht so weit! Ah! Alter! Die Lenkrakete hat mich erwischt. Mein Leben! Kannst du jetzt sterben, jawoll! So wird nämlich ein Shoot raus. Ein Shooter. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, Kill gespeichert. Immer wenn ich das sehe, weiß ich ... Der hat den Kill gespeichert. Oh Gott, das sind zu viele. Ich muss hier weg. Die Lenkrakete bringt nicht so viel Power, ne? Die ist nicht so gut. Du musst vor denen in den Boden gehen. Nicht auf ihn direkt zielen. Ich mein die Lenkrakete. Ja. Aber ja, du hast recht, die ist ... Oh, der trifft sie. Ja. Yes! Jawoll! Alle getötet! Pödel! Pödel, alter! Pödel is King. Und links oben auf dem Berg auch, ne? Most valuable Pödel. Vorsicht! Ach komm, du Sau! TSM-Z3D, hol dir mal einen Namen! Nein! Pödel. 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 It's just another Pödel. Okay, das war doch nice. Das war ein toller Abend mit Fortnite. Ui. Geht hinfort! Und habt eine gute Zeit. Vielen Dank, Paul, dass du es ausgehalten hast heute mit Nils. Danke auch an uns. Warum bist du gemein und fies? Und auch an Nils. Weil ich Zeit hatte. Ich muss auch sagen, warum nicht? Vielen Dank fürs Zusehen. Das war der Bietstag für heute. Ihr seid cool. Und wir freuen uns sehr, euch wiederzusehen. Ja, High Five, Leute. High Five. Gibt euch auch mal einen High Five. Tschüss! Bis dann. Bye. Peng Peng.